Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play 2 Rocket League, mit dabei der Jan und der Sven und ich bin im Tor. Go, go, go! Ich fahr raus. Ah, der hat mich weggemacht. Nein! Nein! Ei, 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 ei! Es hat ihm trotzdem nichts gebracht. Ja, ich fahr. Ja, schön. Sehr schön. Easy, alles easy. Schön, schön. Wir haben halt einfach kein Ziel. Ich glaub, wir sind schon wieder das Tor, glaube ich. Nein, nein, ich bin extra... Nein, 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 das ist Bullshit. Ich bin extra weggefahren. Nein, 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 nein. Ich bin im Tor. Ich fahr raus. Hoppala. Der war gut, oder, Jan? Der war richtig gut. Der war doch vorgelegt, nochmal hier. Zack, zack. Der war gut, ja. Das davor war so gelackt, aber das Hinterherspringen war gut, ja. Ich fahr. Jan, fahr du. Gut. Aber der hat mich weggepumpst. Ach, schade. Stop. Uah! Ich komm nicht von da runter. Ja, schön. MVP! 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 Gegen Bots halt, ne? Fuck you, Sven. Ihr fahrt hier. Ja. Du dummes Arschloch. Die kriegt mir nichts gegönnt, aber wirklich gar nichts. achtung ja schön mit mindern weggebaust und die weiß ich nicht die spielen auch wohl wohl die bots das muss man echt sagen jetzt hör auf mein erfolge zu schwälen ich mache den müller auch die machen auch aber wenigstens schieße ich auf deren tor und nicht die wie die die aufs eigene schießen ja guck mal hier so wie wir so schön wie soll er dran vorbei guck dir das mal an das machen die da rechts was machen die da der eine blockiert den anderen wo das mal an der folge ich fahre ich fahre im tor ja ich fliege einmal über die halbe map so auch gut ja ich auch mich hat einer weg gepumst hallo und jö ja schön schöne vorlage rabundisch warst du gar nicht naja aber nehme ich trotzdem aber es ist so selten von dir dass man mal gelobt wird roman das stimmt überhaupt nicht sehr gut geht mir sehr oft über die lippen ja wenn du es gemacht hast das ist einfach totaler bullshit wieder wohl wird ein bisschen hoch aber ja 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 hey diese diese rundung da die ich bin ja sonst ein freund von rundungen aber da echt nicht auch mal aber oh gott ja ich war es jetzt auch ich wollte nur die chance gehen noch punkte mit verraten zu machen mhm das hat doch funktioniert was wollt ihr überhaupt oh ich hab gar keinen boost ich glaub den brauchst du auch jetzt gerade nicht mehr nö ich hab's wenn du den anderen immer aus dem weg gehebelt MVP MVP Bist du überhaupt nicht ich bin im Tor ja ich weiß oh da kam er schon wieder mhm 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 jaja ja scheiße banna ich hätte noch reinspringen na der wird einem die bosch auf dem brot nicht gegönnt jaja das ist auch gerade lächerlich wie schlecht die sind ja schon hat man ja heute Abend noch gar nicht Samuel du warst eigentlich dort du wirst dir bewusst ja ist mir egal ich muss jetzt mhm das kann doch nicht wahr sein es wird so auch nicht wohl sind das macht jetzt ja du machst doch 1 toll ja er müsste mvp mit dem eigenen dankeschön dadurch bin ich jetzt mvp nein da sprich dann auch vorne der gierige mvp steht hier ja ja ich weiß was da steht wollte ich auch ihre wohnung nicht eigentlich eigentlich nicht kein opfer so ich war auf jeden fall jan sieht aus doch wir haben wir gehen ins hauptmenü wieso sollten wir ins hauptmenü geht sagt mir das mal bitte ich habe gedacht wir waren fertig eine runde ja ok ja 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 ich bin Ich fahr raus. Ich bin halt vorbei. Hab ihn. Wurde auch hingebellmt. Ah, ich bin kaputtgemacht, oder? Nein! Warum fährst du raus? Den hat er über mich drüber gespielt. Na gut, Alter. Passiert, alles klar. Dann ab jetzt Anstrengung. Mach bitte. Oh, nee. Ernsthaft? Ach Gott. Scheiße, ne? Mhm. Aber ich hab nicht rausgehauen, oder? Sah gerade so aus, als wäre der Gegend ein Hintergriff. Nee, deshalb waren die anderen schon dran gewesen. Schön. Ja, sehr, 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 sauber, sauber. Sehr gut. Leistungsträger. Der war dann auch gut vorgelegt gerade. War aber noch knapp, ey. Der hat auch noch... Bumm. Ja, ja, ja. Du machst mit, Jan. Okay. Okay. Hey. Oh, 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 oh. Oh, Sven. Ja. Ach, warum? Oh, 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 oh. Und lieber aus, Pappi. Oh, 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 oh. Ja. Und eigentlich drüber springen, aber... also da fühlen wir mal wieder und dann machen wir haben gerade ausgeglichen mittig schön völlig unbedrängt völlig ok ich mach bitte ja ich hätte hinfahren sollen ich habe wieder gedacht nein machst du nicht den abstauber ja wo man es sind wieder die anderen schulden nein ich hätte hinfahren sollen aber da geht jetzt rehabilitiert bin im tor Das ist nicht wahr, wie kann man denn so dumm sein? Nerfer Okay Nein Wer kommt, bitte Nein Doch Ja, schön Sehr gut Du hast Glück Man, der wäre so schön gewesen, wenn der drin gewesen wäre War aber auch so schön Ja, war Es sah wenigstens nach Taktik aus Du fährst, ich mach Mitte Mist Ins rechte Eck Ich bin ja, ich bin hinten Okay Ich mach, ja natürlich, ich mach immer in die Ecken Ja Muss ja mein Revier markieren Du musst ja wissen, Roman wohnt im Iglu Nein, drüber Scheiße Viel zu schnell Ein sicheres Ding No Und drüber Das ist ja wohl nicht wahr Gib ihm der Ah Alter Entschuldigung Ich bin fett wie Hagen Oh oh So, fahr ich einfach mal weg Mit dem Scheiß will ich nichts zu tun haben. Ne ne ne. Der hat mich auch weg. Oh, ein Gurenbomb. Servus. Ach der ist da. Servus Mike. Alles gut bei euch, was auch ihr schönes. Wir machen gerade den letzten Ding. Huch, shit. Ah, wir haben ganz knapp gewonnen. Einen Runde noch und dann... Ne, das waren jetzt die zwei. Also herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace. Ich wusste es. Was machst du denn? Untertitelung des ZDF, 2020